Ich habe einen Mercedes im Mund und habe einen Kleinwagen bezahlt. Wow. Wow. Einfach wow. Einmalig. Extrem empfehlenswert, höchster Standard und hochprofessionell. Beeindruckend. Ich habe jetzt gerade eben, hat man mir die Implantate gesetzt. Das war gerade mal vorgestern. Ich habe keine Schwellung, ich habe keine Schmerzen, ich habe überhaupt nichts. Ich wollte mal wieder lachen, essen und leben können. Denn Dämpferheim hat mir eigentlich das Leben zurückgegeben. Ich habe ja Dämmerschlaf bekommen, weil ich ja auch eine Angstpatientin bin, vor allem wegen Spritzen. Da drehe ich immer vollkommen durch. Man merkt überhaupt nichts und es ist so toll. Alles so herzlich und ja, ich bin mega zufrieden. Ich bin glücklich Mitglied der Dämpferheim-Familie geworden zu sein und werde immer wieder bei euch sein. Und in der neuen modernen Linie sowieso. Ich bin glücklich Mitglied der Dämpferheim-Familie geworden zu sein.